Jo Leute, jetzt sind wir schon beim Wow! Falls du das Video ein bisschen abonniert hast und falls du wirklich merkst, die Videos gefallen mir, dann danke, dass du da soweit geschaut hast. Auch viel Sarkasmus und Kritik, wenn ich schon viele Sarkasmus anwende und Kabarettenbisse und ein bisschen auch boshaftig die Leute trinken, ist es schon mal schön, dass du hier bist. Also SGB 1 § 4, da fängt es jetzt richtig an, jetzt kommen wir mal richtig in Fahrt und zwar Sozialversicherung. Ich leg's mal alles vor wie immer halt, steht auch nochmal hier für dich. Ganz wichtig, ganz ganz wichtig, ich arbeite mit der Software oder mit der Webseite, das heißt mit der Software LX Gesetze. Das ist neu, hier gibt's auch eine Webseite, es gibt auch diese Verknüpfung auf irgendwie die App ist das und ich bin da auch registriert. Registriert euch, kostenlos recht vollkommen erstmal raus. Wenn ihr dann mehr wollt oder wenn ihr zum Beispiel auch mehrere Funktionen nutzen wollt, dann könnt ihr auch gerne da diese Webseite oder diejenigen fördern. Ganz klar, ihr könnt euch das kaufen. Wo mir was Ähnliches geben, aber das kommt jetzt mit der Zeit, da ihr nutzt einfach LX Gesetze. Ist das eine super App? Seht ihr auch super übersichtlich? Kann man nichts falsch machen? Nein, die wissen gar nicht, dass ich determenten muss. Von kostenlos für die eintreten und positiv über diese Software und das, was da Webseite auf sich nennt. über die Webseite, falsch passbar sein, über die Webseite zur Verfügung stellen an, sonst nutze. Okay, los geht's. SGB I, Paragraph 4, Sozialversicherung. Absatz 1, jeder hat im Rahmen dieses Gesetzbuches ein Recht auf Zugang zur Sozialversicherung. Punkt. Absatz 2, wer in der Sozialversicherung versichert ist, hat im Rahmen der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Unfall- und Rentenversicherung einschließlich der Alterssicherung der Landwirte ein Recht auf. Nummer 1, die notwendigen Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung, zur Besserung und zur Wiederherstellung der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit. Nummer 2, wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit, Mutterschaft, Minderung, der Erwebsfähigkeit und Alter. Ein Recht auf wirtschaftliche Sicherung haben auch die Hinterbliebenen eines Versicherten. Das war's erstmal. Das ist jetzt nur mal so, haben wir es mal langsam gelesen und uns ein bisschen so, hm, 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 was wird damit jetzt wieder gemeint? So, hier nach § 4 Absatz 1 hekt sich niemand, denn da gibt es auch später Klausen, die gewisse Sachen wieder ausschließen. Aber wenn wir jetzt nur nach diesem Objektiv nüchtern auf diesen § 1 festnageln werden, mit diesem Absatz 1, ist uns klar, was damit gemeint wird. Das heißt, jeder hat das Recht, egal welche Nation, steht nicht drin, steht auch nicht drin, ob er deutsch ist oder nicht deutsch sein muss, ob er auf der Straße blieben tut oder nicht leben muss, ob ein Verbrecher ist, da steht alles noch nicht drin, auf dieses Geld, auf diese Sozialversicherung, Hilfe, Sozialversicherung. Und dann in Absatz 2 wird folgendes gesagt, es wird schon ein bisschen sortiert, ne, es wird schon ein bisschen auch, ähm, naja, nicht sortiert, es wird halt gesagt, was. Und dann in Absatz 2 wird folgendes gesagt, dass die Person in diesem Rahmen Krankenkassen, Pflege, Unfall und Rentenversicherung einschließlich der Alterssicherung der Anwälte ein Recht auf. Ein Recht auf, das heißt, es wird erstmal gesagt, das und das und das, das und das und das, hat man in diesem Rahmen und dann wird aufgelistet, erstens die notwendigen Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung, zur Besserung und zur Wiederherstellung der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit. Ist ein bisschen sehr komplex gemacht, weil es immer ohne ein Komma ist, es ist dücht 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 dücht. Letztendlich wird dann gemeint, du bist bei einer Sozialversicherung, wie bei allen die 2, und du bist natürlich versichert, nicht nur sozial, sondern deine Krankenkasse ist auch mit dabei. Das ist wichtig. Warum bei einer Sozialversicherung, das bedeutet das, das bedeutet, wir fangen dich auf. Lieber Kunde oder lieber Leistungsnehmer, Leistungsträger, Leistungsnehmer, der die Leistung gerne nimmt, oder sagen wir es lieber Schuster, machen wir es noch einfacher, berechnen wir es mal ganz da unten, du bist versichert, du hast von uns Hilfe, du hast eine Sicherung, das heißt, du bist Pflegeversichert, du bist Krankenversichert. Zusätzlich haben wir eine Unfallversicherung, eine kleine Rentenversicherung mit dabei, also sicher ist sicher, weil vor allem halt, die Rente bringt euch aber nichts, das ist Quatsch, weil von dem geht, aber diese kleine Absicherung, was in anderen Ländern gar nicht ist, ist in Deutschland wirklich, da muss man sagen, das ist schon ziemlich krass sozial und da sind die Sachen abgesichert, das heißt, wenn du dann, sagen wir mal, weil man hat, man hätte krank, man hat Krippe oder man kriegt die, was weiß ich, die Masern, whatever und man geht zum Arzt, ohne eine soziale, also ohne diese soziale Versicherung, ohne das, was die Sozialversicherung beinhaltet, bist du aufgeschmissen, der Arzt sagt, sorry, nee, du bist nicht versichert, fick dich ins Team, whatever, okay, stopp, das sagt der Arzt, das sagt der Arzt und das ist auch in Amerika, nicht gerade anders, auf der ganzen Welt ist das so, ist ja logisch, oder? Wenn man nur nachdenkt, der hat eine Arbeit, der macht das nicht, ich liebe so Arzt, ich bin so für die Menschen helfen, ja, es gibt einige, die machen Sinn, aber die meisten, ich will doch lieber Geld, ja, klar, dann studieren, ja, dann studieren, vielleicht sogar kein BAföG bekommen, vielleicht war dafür so geschuftet und so, das ist nicht so einfach, wie man denkt, das ist viel weiter, das ist das, das ist das Big Fail, so, und dann natürlich sagt sich, das ist die Weh, hey, wir sind dafür da, damit wir, die, die dich erstmal schützen, ne, Schutz, Schutz, das ist Schutz, hey, du hast einen Unfall, du hast eine Krippe, du kannst zum Arzt gehen, das ist der Schutz, du kannst zum Arzt gehen und die Krankenhäuser in dieser Sozialversicherung, die Krankenhäuser ist abgedeckt, du zeigst die Karte, die scannen das, ah, okay, sehen das, der ist abgesichert, ne, dann, na klar, erhalten, ne, zur Erhaltung, zur Besserung, die Erhaltung, deine Erhaltung, dein Leben muss erhalten bleiben, das Leben, das Mentiment, die Menschenwürde, bla bla, brauchen wir jetzt nicht nochmal zu auszuweiten, aber es gibt Grundgesetz, das könnt ihr euch lesen, ähm, werden wir auch durchnehmen, übrigens dann, zur Besserung und zur Wiederherstellung der Gesundheit, ganz klar, das SGB sagt sich, hey, wir fangen dich auf, wir schauen, dass du dich besser hast, wir schauen, dass es dir so gut geht, dass du wegkommst von der Sozialversicherung, dass du das nicht brauchst, die Sicherung, okay, und Leistungsfähigkeit, ne, wir sorgen dafür, dass du dir deine Leistung bringen kannst, deine körperliche, deine mentale Leistung, um das, ähm, ähm, ja, um dann halt eben vom Staat kein Geld mehr zu bekommen, okay. Dann sagt natürlich sich Nummer 2, wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit, da wirtschaftlich heißt ganz klar, ähm, du hast ja kein Geld, um dir sozialversicherung, ne, wenn du gar nicht versichert bist, musst du betteln gehen, ähm, also bist du letztendlich nicht abgesichert, und das kostet ja alles Geld, wirtschaft ist ein blödes Wurf dafür genommen, ne, ja, aber ich verstehe es irgendwo, beantworten und sprachen, wir müssen es ja indirekt machen, aber damit wird eher gemeint, wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit, dass du, ähm, geldmäßig gesichert bist, und du kriegst ja sozial, die sozialversicherung, das ist ja Geld, was du bekommst, und du gehst, äh, du kriegst einen kleinen, äh, Beitrag, und du kannst ja die Medikamente auch zum Beispiel kaufen, ne, weil die kosten ja auch Geld, die kosten ja nicht für, äh, für, äh, für 0 Euro, ne, seien der Arzt macht so, ne, wir in Polen, wir machen immer so gerne, ne, pols kann ja wende, aber, der ist, der, es gibt solche Ärzte nicht, und ich glaube, wir das nicht machen, vielleicht, ich weiß nicht, polische, aber, ey, ne, der macht es halt, ne, der muss ja jetzt, ne, zack, 5 Euro, 5 Euro, und das Rezept kostet 5 Euro, und dann gehst du halt hin, und die 5 Euro muss halt zahlen, deswegen, man muss ja, wirtschaftlich, da muss man was Geld nehmen, und Wirtschaft, Sicherung, ne, Tja, Versicherung, Sicherung, die hat diese wirtschaftliche Möglichkeit da, ok, jetzt weiß ich glaube ich genug erklärt, so, Mutterschaft, Mitterung der Erbsfähigkeit und Alter, also, ganz klar, Mutter, der Mann hat ihm was rausgelassen, sie ist Mutter, die Frau hatte keinen Job, dann man sagt, ich scheiße auf dich, Bitch, ich zahle dir keine Alimente, mir doch scheißegal, und dann sagt der Staat, halt, das holen wir uns so von dem Arsch, aber bevor, stellen sie sofort einen Antrag, wir sichern sie ab, Frau Meier, sofort machen wir das, das machen wir, weil, das darf nicht sein, ne, der Staat, egal wie, oder sowas noch böses, den Staat beziehen kann, und der anderen Seite sagt der Staat, ey, nee, nee, wir fangen ab, wir fangen sofort auf, ne, Minderung der Erbsfähigkeit, ganz klar, da sagt sich auch der Staat, ey, ey, das kann nicht sein, dass du nichts, dass du jetzt so stehst, und wir sorgen dafür, dass du erstmal mit diesem Geld versorgt bist, und wir sorgen dafür, die helfen dir, dass du halt eben später wieder zu schließen kommst, und halt deinen Job findest, und, ja, ne, dadurch Minderung der Erbsfähigkeit, ähm, und Alter, okay, ähm, das gibt zwei deutlich, das eine, das eine heißt, wir sorgen dafür, dass du von deinem Alter noch was bekommst, oder wir sorgen dafür, dass du in deinem Alter, wenn man schon zu alt ist, dass du, ähm, normal leben kannst, sodass du nicht auf der Straße laden musst, ne, dass du einfach abgesichert wirst. So, ein Recht auf wirtschaftliche Sicherung haben auch die Hinterbliebenen eines zu sichern. Der letzte Satz sagt kripp und klar, dass die Leute, die in der Familie sind, nehmen wir mal an, es ist uns ganz schön was passiert, als Beispiel, du bist arbeitssuchend geworden, oder du bist sozialer Fall geworden, äh, ist ja auch nicht schlimm, das ist, das ist das Leben, ne, dann, ähm, siehst du deine Leute auch, deine Familie sind sozialer Fall geworden, ne, vielleicht ist dein Rollstuhl, vielleicht kann er das nicht, vielleicht ist er behindert worden, whatever, es gibt verschiedene Gründe, die wir jetzt nicht ausweiten werden, dann muss ja das Video tausend Jahre lang sein, aber dann sagt sich der Staat, okay, da schauen wir nach, überprüfen und wenn das stimmt, dann helfen dir, okay. So, das war's erstmal, also, ganz wichtig, ich erkläre mehrere Male euch das, ich mache mehrere Beispiele, weil das wichtig ist, dass ihr so einen Kontext bekommt, der Kontext ist A und O, ja, das wird halt meistens in den, in den Schulen dann das halt nicht so hardcore erklärt und nur plat erklärt, weil mit Absicht will man nicht, dass die Menschen Mitgefühl haben und Nächstenliebe, das ist wiederum, warum das so ist, weiß ich auch, aber das würde wieder den Rahmen dieses Video sprengen. Abonniert einfach meinen Kanal, man lernt ein bisschen, es werden auch mehrere Sachen folgen, nicht nur das SBB, ich werde versuchen in den nächsten Wochen BGB, HGB, Google B, Color B, alles rein zu machen, ne, ich kenne die Gesetze, ich habe das halt gelernt, ähm, ähm, bin aber, wie nennt man das, ein Freilenker, ein zukünftischen Typ und halt nicht geliebt von vielen, weil ich halt da knallhart durchgreife, äh, Gerechtigkeit, und Gerechtigkeit zwar in Deutschland, kannst du klicken, und Gerechtigkeit in Deutschland, in Wirklichkeit kannst du klicken, also, gut, das war wiederum eine wieder, eine andere, langende Geschichte, ist denn da, dieser Satz stimmt auch nicht, denn das ist komplex.